Halipha Vasana, eine fortgeschrittene Vorwärtsbeuge mit leicht gebeugten Knien. Aus der Sitzhaltung herausgehend, gib die Fußsohlen zusammen und die Knie leicht nach außen, dabei die Füße relativ weit vorne halten. Dann falte die Hände hinter dem Gesäß und beuge dich nach vorne und gib die Stirn auf den Boden, sodass der Scheitel die Fersen berührt. Das ist Halipha Vasana, eine Stellung, die dir hilft, nach innen zu gehen, eine Stellung, die auf sanfte Weise die Hüftflexibilität kultiviert, letztlich eine Vorübung ist für Kuramasana, die Yoga-Schildkröte.